Beim Vestibulartraining oder Schwindeltraining werden die Gleichgewichtsorgane neu trainiert und es wird dafür gesorgt, dass die Reflexe, wo die Gleichgewichtsorgane integriert sind, wieder besser funktionieren. Dafür werden Bewegungsapparat, Gleichgewichtsorgane und Augen neu aufeinander abgestimmt. Zum Beispiel ist es wichtig, dass wir den Blick halten können, obwohl wir uns bewegen. Sie können das Beispiel nehmen, dass Sie einen Blick fixieren, den Daumen und den Kopf drehen, aber dieses Ziel im Auge behalten.